Moinsen und herzlich Willkommen zurück zu unserem Projekt ARK PARK. Wir haben uns inzwischen einen zweiten Tausendfüßler gezähmt und versuchen den gerade verzweifelt aus der Höhle auszukriegen. Das ist eklig, wenn so ein Vieh hinter einem her schlängelt. Guck mal, der ist pinker als der andere. Ich habe ja noch Repellent drauf. Das ist Pinky. Der Pinky und der Brain. Was, wer soll uns helfen? Bug Repellent hilft doch gegen Predermäuse, richtig? Genau. Ich habe übrigens kein Bug Repellent mehr. Ja, ne, das weiß ich nicht. Ob es gegen Schlangen auch hilft, das weiß ich gerade nicht. Oh Gott. Wer vor der Nase herlauft, dann edit ich. Links oder rechts? Du bist ein Level 16. Ja, meins auch. Warum folgt der dir jetzt? Wollen wir die erschießen? Okay. Wieso schießen wir denn daneben? Wir schießen gegen die Wand. Ihr macht das schon. Ja, ja. Da kommt noch eine. Wie ich langsam erfriere, weil ich nichts mehr anhabe. Oh, noch eine. So. Da war noch eine. Ja, ich habe sie auch gesehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Da, da, da ist der Dings. Du blöde Vieh, jetzt haut der wieder nach hinten ab. Links in der Spalte, pass auf. Komm her. Hässliches, schleimiges Ding. Komisches, schläbiges Ding. Hör sie mal. So ganz hinten sehe ich eine sich rumschlägen. Da sind Fledermäuser. Ach hier. Ist sie alles gut? Du stehst einfach nur. Ja, ja. Stell dich genau vor meinen Bogen. Ich schaue nur ein bisschen in den Chat hinein. Ach so. Ach ja, da ist ja noch ein Live-Chat, Mensch. Okay, da sind Fledermäuser. Ding ist auch noch, ja. Da ist ein Kacke-Käfer, sollen wir den mitnehmen? Ah, ja. Wie viel temen wir den eigentlich? Mit Kacke. Sehr gut. Ernsthaft? Mit Kacke? Wir haben einen Kacke-Käfer gefunden. Ach so. Au, au, au. Mich haut was. Der Kacke-Käfer hat dich gehauen. Ha ha. Ach, muss ich dir hauen, wenn man so nah rangeht? Ja, jetzt frisst er grad die Schlange. Warum? Weil er es kann. Weil er es voll drauf hat. Sehr gut, Shadow passt auf hier draußen. Shadow ist auch nicht rausgeflogen oder so. Wunderbar. Man könnte ihn überhaupt nicht rausziehen aus der Höhle, aber naja. Der andere ist rum draufgeparkt. Wollen wir das machen? Wie meinten haben wir da nen Kacke-Käfer? Vorsicht. Fledermäuse, do I bug repellent? Funktioniert nicht mehr, oder? Meins auch nicht mehr. Deins meine ich natürlich, meins habe ich aufgefrüscht. Haha. Wir haben seltsame Augen. Ich nahe, ich komme zur Rettung. Spielbär nahe zur Rettung. Während wir wieder nach oben laufen. Das ist okay. Wir brauchen keine Rettung. Alles gut. Sicher? Huch? Leck. Mhm. Also... Da ist weit und breit kein... Keiner mehr. Okay, also haben wir alle rausgeholt jetzt? Also, wir können nochmal ganz tief reingehen, aber es ist unglaublich tödlich tief drin. Tiefer. Tiefer. Immer tiefer. Können wir gleich das Artefakt mitnehmen. Echt maß, was wir eigentlich machen? Genau. Ja, da sind haufenweise... Ja, ich hab noch 28 Schuss. Ganz chillig. Ha! 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 Ja, nicht hören. Nein, 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 nein. Au, o, 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 o. Gott, fuck! Es sind drei, äh, zwei... Gott. ich bin der fledermauskiller nennt mich van helsing nennt mich helsing es ist schön wie eure zwei taschen nebeneinander stehen ist sehr schön und wo ist die eine tasche zur anderen jetzt stehen wir hier so weiß ich nicht keine ahnung das glaube ich mit gestorben ich sehe keinen ohne hier hier ist alles weg kein ohne knicks nur zwei taschen die sich unterhalten ja die sind noch da nebelkrähe und reißzahn ist noch da wo ist denn jetzt frust weiß ich nicht hier ist auf jeden fall was lang geflogen hier dran ist der post ist tief in uns glaube ich bin tot nein aber die fehler maus ist mitgestorben ja ich bin halt giftig vergesst nicht eure vögel einzusammeln oh gott ich sterbe ja da hinten fliegen sie alle rum ich sterbe ja fast hier kommt oh gott oh nein 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 hat uns dieser level 72 ohne gerade alle in einem zug vernichtet scheint so die maufelons sind da scheiße naja die machen das schon die sind profis sind mehr profis als wir glaube ich im kunststück hahaha stehen die eigentlich auf passiv hier die artruplörers ne die stehen nicht auf passiv jetzt ja nicht dass die hier noch ausrasten wegen irgendwas ich weiß nur nicht ob das so gut ist die da drauf zu legen weil wenn du mal die beobachtest so ein bisschen beim liegen ja ich sehe was du meinst das sieht ein bisschen glitschig aus also bei pinkie sieht es noch okay aus der andere glitscht mir da so viel rum irgendwie ich weiß nicht ich habe nichts gesehen ich mache mir viel mehr sorgen darüber dass wir jetzt keine wirklich ausrüstung mehr haben hier oder habt ihr reißzahn mitgenommen nee war nicht da ich war oben ich bin tot da muss doch irgendwo mein täschchen sein ich sprühe mich jetzt mal mit repellent ein und komme zu euch gerannt versuche ich mal ein bisschen zu unterstützen wo ist denn mein täschchen boah das ist ein lag ich versuche ich habe ich gesehen ja ich auch bären taschen hier sind kackeg ha hier seid ihr wo ist meine tasche hier wo bei der unten aber meine ist nicht da repellent oh 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 bross of enlightenment ich bin bei der vorne gestorben ich bin bei der vorne gestorben ähh warum so das nehmen wir auch mit ne spinne sitzt hier den pilz na Gott was wo wo was hast du denn da shadow da den kackekäfer an der angel gehabt bist du verrückt warte mal ja hab ich kann ich dir gerne geben eure taschen waren doch hier hier ist übrigens die artefakt kann man wollte ich noch mal so sagen direkt vor uns da hinten ist das artefakt drin und ich habe keine ausrüstung ich habe ich habe ich habe buck repellent genommen ich versuche jetzt mal zum artefakt hinzukommen und versuche da mal was rauszunehmen hier ist ein tausendfüßler welcher level 12 den kann ich sogar themen nein er ist akkro nein sie sind alle akkro ich gehe in die andere richtung lang ich gehe an richtung ich habe noch buck repellent die anderen vier sind noch nicht akkro nein hier kommt man nicht durch verdammt hier stehen sie viel zu eng ha nein jetzt sind sie akkro wer war denn das oh gott oh gott oh gott ich nicht lauft rennt weg alle raus alle raus alle raus aus dem haus ich sehe die flügel ich sehe die flügel wo seid ihr wo seid ihr aus kann was so schnell draußen das kann aber nicht wahr sein wenn ich der einzige da noch in der höhle ist wo ist die zweite wo ist die fehler da ist nur einer die liegen aufeinander da ist nur einer das sind zwei die liegen aufeinander ah nein da ist nur ein nein ich sehe wirklich nur ein liegen aufeinander ach so der andere ist bei mir unter da drunter bei mir hängt er schon unten drunter deswegen sehe ich den nicht da komme ich kann es krieg ja ich hab sie hahaha killer instinkt pur so wartet mal ich versuche es jetzt noch mal ich will es jetzt wissen ich will das jetzt wissen ich will zu diesem artefakt durchdringen ich will das jetzt versuchen ihr könnt ja da gerne draußen weiter kämpfen ihr könnt ja gerne weiter kämpfen da draußen ich versuche jetzt noch mal zum Artefakt muss ich nicht mehr. Ja, 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 ja. So. Eine Ahnung, was ist noch da? Es sind gar keine Pfeile mehr da. Komme ich an der Spinne vorbei? Ich glaube nicht. Shadow hat bestimmt Pfeile. Ich könnte drüber springen. Ja, 42 Pfeile. Ach, 42, der hat hier noch über 60 Pfeile. Der Shadow hat sich also die ganzen Pfeile gekreilt. Jetzt wissen wir auch, wo die Pfeile hin sind. Hast du die Pfeile rausgenommen? Ich hab schon welche, genau. Dann nehm ich mir auch mal welche. Komm schon, komm schon. Oh, ein Pfeile ist bestimmt auch gut. Vorsichtig, vorsichtig. Ach, das ist der Tausendfüßler. Warum sag ich eigentlich? Das sind zwei auf einen Haufen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ehh, Schlangen. Verdammt. Hast du deinen... Wo ist dein Demopferdor? Ach du, da. Ich glaub ich muss diese eine Spinne doch töten, da komm ich leichter vorbei. Also im Chat verteilen die gerade alle fleißig Liebe. Lone Star kriegt auch ein bisschen Liebe gerade. Liebe. Bäh, geht sentimental. Yes. Yes, Baby. Komm schon. Liebe. Liebe, 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 Liebe. Mit diesen Tausendfüßler machen wollt, mach das. Haltet mich da raus. Haha. Oh, Level 4 Aranio. Komm, die kann ich töten. Oh, ein Tausendfüßler. Die ignorieren mich doch jetzt, oder? Yes. Theoretisch. Was hat denn der für ein Level dahinten? Terroristisch? Level 12. Das ging schnell. Oh ja, ich bin am Artefakt dran. Warum stimmt der jetzt? Warum kommt der jetzt zu mir? Was, wieso? Wieso, wieso gehen denn die Skorpione auf mich los? Und die Tausendfüßler. Warum denn? Ah, Tausendfüßler, Tausendfüßler. Warum gehen denn die Skorpione auf mich los? Ich hab doch Bug Repellent drauf. Ja, ich hab... Oh. Schöne Scheiße. Der ist Level 16, der ist Level 12. Der frisst die tote Schlange, das nutzen wir doch schnell aus. Ja, ich hab sie nach unten gelockt. Kommt ihr hier hoch, ihr Schweinchen? Okay, es funktioniert nicht. Ja. Jetzt schnell vorbei. Lass das. Geh weg. Ich krieg hier noch das Artefakt. Ich krieg das noch. Komm. Ich bin dran, ich bin dran. Irgendwie Fleisch oder ein Süppchen? Ich hab's. Ich hab ein Süppchen für ihn. Ich hab das Artefakt. Einmal getamt sein. Aber ich weiß nicht mehr, wo er ist. Er ist runtergefallen oder so. Ich hab das Artefakt. Ach, denn warum ist der Agro? Ich hab doch... Pinke Muppe. Ich bring's raus, ich bring's raus. Da unten im Wasser ist er. Ja, da sind zwei gewesen. Ach, das Scheiße. Da oben war noch das eine Unig. Ach, da ist er. Der, der im Wasser ist ein 16er. Hast du da vor allem? Der hier ist der 16er, ja. Den seh ich auch. Aber ich... Ich werd doch bestimmt wieder angegriffen von dem. Da hinten schlabbert noch einer rum. Ne, das ist ein... Gefledermaus. Juhu. Von vorn oder von der Seite vom Kopf? Von... Ja. Oh, Schlange hinter dir. Schlange hinter dir. Böse Schlange. Töten wir die Schlange. Hinter mir? Ich komm wieder rein. Ich helf euch. Komm, Tausendfüßler. Komm, komm. Da kommt noch ein Tausendfüßler. Ich lauf jetzt einmal weg mit dem hier. Das Beste. Habt ihr einen? Ja. Ja. Ich komm, ich komm euch entgegen. Ich helf euch. Oh nein, ich verdurste. Wo hängt er? Er hängt fest. Er ist wieder da runtergefallen. Ne, du musst ihn auf Passiv pfeifen. Der, der, der läuft. Sonst der greift grad die anderen an. Oh Gott, der andere kommt. Ich hab ihn. Sehr gut. Dann... Ah, hier ist eine Schlange. Wo seid ihr? Gleitschutz. Ach, scheiße, da oben hängt die Fledermaus noch fest. Oh Gott, die Annaplora kriegt sich hin. Du bist zu weit gelaufen. Die versucht jetzt über die Seite hochzukommen. Kommt zu mir. Ja, ist auch gut. Ja, ist auch gut. Oh, es... Spinne. Das ist auch schön. So eine Schlange. Was ich hier grad mache. Yes! Kriegst du das? Kriegst du die Kurve? Was ist das? Alter! Vorsicht, ganz viele Spinnen. Lauf schnell weg. Ja, es geht nicht besser. Die hängt hier überall fest. Ich sehe euch. Ich helfe euch. Ich kann versuchen euch zu helfen. Okay, ich muss weg. Komm hinter den Skop... äh hinter das Vieh. Der lohnt es aber auch Hilfe. Ich springe ins Wasser. Ah, ich sehe es. Alles klar. Nein! Nein! Schade. Habe ich mich umsonst umgebracht. Fuck. Hast du dich umgebracht? Noch nicht, aber ich werde gleich sterben. Habt ihr einen Bross of Enlightenment da reingesteckt? Ja. Scheiße. Der war mit einem Schlag getamt. Ach, das war der Level 12er. Den ich vorhin... Ja, den habe ich vorhin auch schon gesehen. Ich habe nur noch... Der 16er, ich weiß nicht. 88 Sekunden habe ich noch. Der 16er war es. Hier müsste noch ein Level 12er sein, irgendwo. Habt ihr noch ein Süppchen? Nee, den haben wir getötet. Er hat uns angesprochen. Jetzt habe ich kein Süppchen mehr. Ja. Okay, ich habe noch eine Suppe, aber ich glaube, wir lassen das jetzt. Hier ist, glaube ich, eh keiner mehr. Ich war ja da hinten schon beim Artefakt. Da war auch kein 1000 Füßler mehr. Ich würde sagen, wir hauen jetzt ab. Das Artefakt haben wir auch. Ich muss schnell was trinken. Ich auch. Jetzt verdurst ich auf dem Weg nach draußen. Ich muss auch was trinken. Verdammt, du hast recht. Wo hast du? Hier? Hier unten? Ja, genau. Einfach da unten dran. Alles klar. Ich wieder friere vor allem langsam hier draußen. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Wir rennen raus. Alle raus. Rückzug. Geordneter Rückzug. Ich häng vor allem jetzt fest. Was, du hängst fest? Hier, hier geht's raus, wo ich bin. Ja, dann hier auch, hier auch. Glaub einfach mal nach oben. Das ist richtig, hier geht's auch raus. Treffen wir uns wieder. Ich komm hier nicht runter. Es wird wirklich dunkel. Man sieht gar nichts mehr. Oh, hier ist voll dunkel. Warte mal. Ich habe eine Fackel. Es regnet. So, meinst du, wir können das riskieren mit dem Transport? Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Einer müsste dann vielleicht noch den Vogel von Dings auf die Schulter nehmen und vielleicht ihn auch festhalten. Könnte mich aber vorher jemand hier rausholen. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Gott sei Dank. Ach so. Hello, hier packt der Shadow. Äh, alle drauf? Was? Ja. Wen muss ich jetzt nehmen? Was? Warte, nein, nein. Machst du das? Warte. Wir nehmen Shadows ganze Sachen und lassen ihn einfach hier. Ach, das Vieh hier, okay. Man kann's ihn auch fest, oder ja. Packt sein Zeug weg. Oh. Oh. Ich schwebe. Ihr müsst dann während der Fahrt aufpassen, ne? Ich bin halb tot. Ich seh das dann nicht. Wartet mal. Ritzi, hast du Fleisch gegessen aus dem Kek? Shadow hat einfach elektrische Anfälle. Ich hab alles von Shadow, wir können fliegen. Bitte. Ich sterbe. Los, los, los. Oh Gott. Ich sterbe auch. Schnell, wir müssen weg hier. Ne, die sind schon noch drauf. Oder? Es leckt. Achso, okay. Brain? Oh Gott. Keiner von uns hat ne Feuerfackel. Sie heißen ja auch wirklich Pinky und Brain. Wie geil ist das denn? Den einen hab ich Pinky genannt, beim anderen hab ich den überlegt. Gut, jetzt nenn ich ihn doch Pinky. Warum wird jeder los? Ja. Ach Gott sei Dank. Hier wird's warm. Oh Gott. Das sind der Pinky, der Pinky und der Brain. Hey Brain, was wollen wir denn morgen Abend machen? Genau dasselbe, was wir jeden Abend machen, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Hehehe. Oh cool. Genau. Fliege ich eigentlich hin. Soot. Es wird wieder kalt, oder? Gut. Ja, sie bewegen sich. Mhm. Eiswürfel. Fliege erst zwar zum grünen Obelisten und dann irgendwie rechts. Ja. Irgendwohin wo es warm ist. Irgendwohin wo es warm ist, haha genau. Ist egal, nur dahin wo es warm ist. Ansonsten einfach steil nach oben. Wenn du hoch genug bist, ist es irgendwann warm. Wo es Schirmchen dringend am Strand gibt. Äh. Seh ich das gerade richtig, dass die irgendwie unter dem Cats sind gerade? Die woppeln nach oben und unten, ja. Das ist... Oh Gott. Oh, ich hör, ich hör Piep Piep nur noch. Ja. Wir müssen schneller fliegen. Wir müssen schneller fliegen. Warum regnet es denn jetzt? Wir müssen schneller fliegen. Ich fliege und ich fliege nach oben. Ja, es ist warm. Ja. Gott sei Dank. Ja. 15 Grad warm. 15 Grad, ja. Es ist warm genug. Alter. Jetzt noch sterben, weißt du? Ich bleib jetzt... Ich bleib jetzt einfach auf der Höhe, ne? Ja. Wieso wollen kommen auch hier rum einfach? Der eine ist brillant, der andere Geist ist krank. Hahaha. So. Ach. Wir haben es geschafft. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind nackt. Wir sind gestorben. Ne, warte mal. Ich bin gar nicht gestorben. Ich bin... Doch, ich bin einmal gestorben. Verdammt. Ja, stimmt. Lol, wie die Kacke da runterrollt. Ähm. Wir haben es geschafft, würde ich sagen. Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Die Frage wäre jetzt noch, ob wir es jetzt vielleicht noch irgendwie hinkriegen, einen Sattel zu machen für einen von denen. Schaffen wir. Schaffen wir, ja. Wenn nicht, selbst wenn wir jetzt noch schnell was fahren müssten. Wir brauchen dafür 20 Holz, 60 Rohrmetall, 120 Steine, 8 Flint, 60 Chitine, 35 Obsidian, Fiber und Hight. Alles klar. Alles machbar. Wir fliegen ganz schön hoch. Pass auf, dass du nicht oben an der Levelgrenze anstößt. Ja. Fliegelber. Naja, aber hier oben ist es wenigstens warm. Hat der Katz überhaupt noch Ausdauer? Ja, locker, locker. Der hält nur eine Weile durch. Der hat nur nicht mal die Hälfte verloren. Aha, ich sehe was. Wo bin ich denn? Du fliegst genau auf die Insel zu. Ja. Perfekt. Ich sehe die Insel. Ich sehe die Insel. Da, wo meine Fackel ist, ist sie. Da. Da. Das ist für die Zuschauer jetzt. Da, 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 da. Ob wir die 2000 Füßler heilen nach Hause kriegen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge Ark Park. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.